Hallo und Willkommen zurück bei Drang Age Inquisition. Wir befinden uns hier im Kartenraum und werden als erstes mal schauen, was wir hier noch am Fertigen haben. Jägerschatten-Drakulisk. Ist ja interessant. Es scheint ein neues Reittier zu sein. Das können wir, glaube ich, hier am... Alter, wie viele da sind. Wie viele Aufträge. Das können wir, glaube ich, im Stall hier ändern, das Reittier. So, dann schauen wir erst mal. Ressourcen, das alte Labor untersuchen. Die Wasserquelle. Scherben. Ursprung der dunklen Brut. Ich glaube, das ist das, wo wir hin müssen. Aber erst mal verteilen wir hier mal die Aufträge. Da erscheint Cullen derjenige zu sein, der am besten ist. Das alte Labor untersuchen. Das kann sie mal machen. Was haben wir da noch? Eine tolle Moralverbesserung. Ist Hauptmann Rylan mit seinem Posten zufrieden? Es ist keine einfache Aufgabe. Aber wenn irgendjemand mit den Westgraten zurechtkommt, dann er. So. Haben wir da, glaube ich, alles fertig? Gut, dann würde ich sagen, suchen wir mal den Ursprung der dunklen Brut. Ich glaube, wir hätten das Gebiet einfach schon freischalten müssen. Dann hätten wir, glaube ich, direkt dort durch das Tor gekonnt. Aber das habe ich scheinbar versäumt. Ich verstehe zwar nicht ganz, wieso das Bioware jetzt in zwei verschiedene Gebiete geteilt hat. Vielleicht hatte das irgendwelche... Obwohl, ich wollte gerade sagen, vielleicht war die Westgrate sonst groß. Aber Hinterlande sind ja jetzt auch nicht gerade winzig. Vielleicht haben die das so gemacht, damit man nicht einfach da ohne die Einsätze zu spielen durchspazieren kann. Weil man ja so oder so für die Einsätze zum Kartentisch muss. Halam Shiral. Das war die Hauptstadt der Elfen. Okay. War das nicht dieser Palast, wo wir waren, für die... Wo die Kaiserin war, wegen dem Attentat und so weiter. Ich meine schon. Das wurde von Elfen gebaut. Oder der Palast wurde nachträglich gebaut, weil irgendwie sah der mir nicht so ganz elfisch aus. Hm. Sehr seltsam. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass der von Menschen gebaut wurde. Aber das ist so ein bisschen, ähm... Ja, wie soll man sagen. Das war so ein bisschen... Ah, hallo. Jetzt sind wir also da. Okay. Ach, wir sind... Ach so. Oder auch nicht. Total mal noch ein Fragezeichen. Ach, dort ist der Weg. Ah. Ich glaube, da hätten wir jetzt auch einfach hinlaufen können. Aber irgendwie habe ich das nicht kapiert, wo wir hin müssen. Huch, was denn jetzt? Äh. Ach, kommt, Leute. Das brauchen wir doch jetzt nicht unbedingt töten, da das Vieh. Das ist so weit weg. Und ein Okularium. Das natürlich genau in die andere Richtung zeigt, wo wir hergekommen sind. Wo ist die zweite Scherbe? Ah, da unten. Okay. Und dann mal weiter. Ach, jetzt haben wir gar nicht im Emporium geschaut, letzte Folge. Ob wir die Ressourcen da kaufen können für die Spezialisierung. Ich glaube, da werde ich nochmal off-screen hingehen. Mal schauen, ob ich die dort besorgen kann. Mein Gott. Was sind das für welche hier? Das ist ja voll die Armee. Ach, die kämpfen gegen den da. Okay. Ich habe gedacht, die gehören zusammen. Alter Schwede. Okay, jetzt ist es nur noch der eine über. Der Alpha. Das Elfer-Tier. Der Elfer-Horlock. Mein Gott, der hält aber viel aus hier. Der Herr Streithammer. Schwinger. Geht doch. Geht doch. Da hinten stehen ja noch mehr von den Kollegen. Wo kommen die denn alle her? Ach ja, stimmt. Wir sollen ja hier gucken, was mit der dunklen Brut ist. Ah, dann sind das wohl irgendwelche Abkömmlinge von denen. Das macht natürlich Sinn. Und da liegt irgendeine Wache. Ich glaube, von uns sogar. Diese Hörlocks, oder wie die heißen, gab es hier sogar schon in Dragon Age Origins. Das scheinen also auf jeden Fall irgendwelche Viecher der dunklen Brut zu sein. Dann sind wir hier, denke ich mal, richtig. Oh, das Päckchen liegt direkt wieder zu unseren Füßen. Nichts berührtes High-Ever-Gewebe. Haben wir ja noch mehr. So. Hat der hier noch was fallen lassen? Nö. Lauter tote Wachen hier. Ach, du süßer Kleiner. Du musst doch keine Angst vor mir haben. Ey. Beschwer dich nicht. Huch, wer ist denn das da schon wieder? Die Stufe 14 sind die hier sogar. Nicht schlecht erspricht. Na. So. Wieder die Klick-Urgier. Scheinbar gerade ziemlich linear. Ob wir hier irgendwie ein Lager gefunden haben oder sowas. Dort oben ist ein Astrarium. Dass es gilt zu lösen. Was haben wir denn hier? Gar nichts. Schade. Nicht mal eine Schriftrolle, die wir lesen können. So. Okay. Hier sieht es doch schon ein bisschen zivilisierter aus. Auch wenn hier wahrscheinlich keine zivilisierten Leute leben. Aber jetzt gucken wir erstmal hier nach dem Astrarium. Oh Gott. Das sieht schwierig aus. Das sieht schwierig aus. Fangen wir mal da an. Ich probiere es jetzt einfach mal irgendwie. Ach gut. Wir müssen ja gleich zweimal über dieses Ding dort. Stop. Hopp. Nee. Nee, nee. Da fehlt ein Strich. Ein Strich fehlt da. Können wir vielleicht mal hier anfangen. Hm. Ich probiere das jetzt einfach irgendwie. Achso. Hey. Wir haben es richtig gemacht. Was soll das sein? Ein Fuchs? Ein Fennec? Fenrir. Okay. Das wird wohl irgendwie sowas ähnliches sein wie ein Fennec. Denke ich mal. Oder eben so ein Fennec-Gott oder so. Hier haben wir nichts mehr zu looten. Schade. Okay. Dann mal weiter hinauf. Was ist denn hier? Können wir hier hoch? Nein. Der Leiter können wir nicht hoch. Aber wir müssen sehr wahrscheinlich hier runter. Na gut. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Einen anderen Weg gab es ja nicht. Was auch immer das jetzt ist hier. Sieht das wie so ein Tempel oder so? Und so ähnliches wie ägyptische Hieroglyphen. Sehr interessant. Morrigan. Ja. Morrigan. Morrigan fand ich echt cool. Im ersten Teil. Die war so mysteriös. Ich finde das ein bisschen schade, dass man die hier im dritten Teil nicht mehr als aktive Begleiterin dabei haben kann. Genauso wie Liliana. Das wäre richtig geil. Also das wäre wie so ein I-Punkt gewesen, glaube ich, noch so auf dem Spiel. Wenn man die beiden noch mit auf die Mission hätte nehmen können. So, wo sind wir denn jetzt hier? Egal. Dort ist eine Truhe. Das ist schon mal gut. Das gefällt mir. Oh, unser Inventor ist bald sogar voll wieder. Oh, da steht ja einer. Oder mehrere, eher gesagt. Diese Höllots, die halten mehr aus, als sie gehen durch scheinbar. Aber ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an. Ich glaube, wir gehen jetzt mal hier runter. Hinter wie vielen sind wir her? Die dunkle Brut wird diesen Ort überrennen. Mit euch wird es nie langweilig, was? Ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, was die für ein Symbol unter ihrem Lebensbalken haben. Ich glaube, wenn da solche Schnörkel drumherum sind, dann sind die ein bisschen stärker. Au. Hier haben wir eine Rune. Wo kriegen wir jetzt hier Schleierfeuer her? Wo kriegen wir Schleierfeuer her? Hier hinten vielleicht? Hm. Gute Frage. Ich hoffe, wir finden es. Da wir dann noch eine Rune lernen können. Erstmal putzen wir die hier weg vom Erdboden. Für unsere Fähigkeit, die einfach um den Balken rumgingen. Das sah jetzt sehr cool aus. So. Hat der auch noch was? Nö. Voll die Aufgespießten hier. Ah, hier haben wir ein Schleierfeuer. Sehr interessant. Gut, das würde ich dann... Ich glaube, hier ist nämlich eine Sackkasse. Das können wir uns dann auf dem Rückweg ansehen. Ah, hier ist eine Schriftrolle. Ah, okay. Das war's jetzt hier in dem Räumchen. Da haben wir noch einen Brief oder so? Nee, eine Notiz. Okay. Ist ja auch fast dasselbe. Was für eine Riese. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte das wahrscheinlich lesen müssen. Aber das könnt ihr ja in aller Ruhe tun. So. Dieses Schleier vorher macht echt seltsame Geräusche. Wie so Fledermäuse, so ein bisschen. So. Überragende Rune des Geistes. Das klingt doch mal gut. Das klingt sehr überragend. Ich frage mich ja, wie man die Fackel absichtlich wieder fallen lassen kann. Hm. Gute Frage. Nächste Frage. Na, egal. Wir droppen die ja das nächste Mal, wenn wir kämpfen, glaube ich. So. Wo sind denn hier die nächsten Leute? Die von uns auf die Fresse haben wollen. Oh. Da ist schon einer. Jetzt, wo ich es gerade sage. Da hat wieder nichts gedroppt. Gibt es aber gar nicht. Kam der jetzt aus dem Kämmerchen? Kämmerchen ohne Sinn. Dort. Oh. Ach so. Das sah jetzt gerade aus dem Dicker. Hm. Das sehe gerade. Die Hörlocks haben genau dasselbe Symbol. Trotzdem sind die Buhle irgendwie leichter zu besiegen. Wir sollten den Tunnel versiegeln, bevor hier noch mehr dunkle Brut auftaucht. What? Tunnel? Was für ein Tunnel? Ach so, den Tunnel hier an der Seite. Ah, hier. Ja, nice. Ich fürchte, nur eine Million dieser Kreaturen steckt noch im Boden. Der Gang wurde von außen geöffnet. Hier hat irgendjemand gegraben. Das ist gut möglich, du. Sehr, sehr gut möglich. Bestimmt in so einem hässlicher Venatori. Na toll. Jetzt ist unser Inventar voll. Ah, ist ja sehr gut geklappt. Okay. Vandalaria? Was ist das denn? Das haben wir, glaube ich, noch nie aufgesammelt. Wächst das nur hier, oder was? Das ist eine seltsame Pflanze. Was müssen wir denn hier tun? Egal. Auf jeden Fall sind wir... Oh, shit. Ja, das wäre vielleicht mal geil, wenn... Ah, okay. Ihr seid schon da. Okay, so hart war ja jetzt der Brocken auch nicht. Zumindest hätte ich mir den jetzt irgendwie etwas... krasser vorgestellt. Okay, da müssen wir eh was aufschließen. Dann plündern wir hier erstmal alles. Ah, Mensch. Wie hasse ich das, wenn ein Spiel das Inventar voll ist. Ey. Oh, Cassandra. Da steht die mir voll im Weg. Elfenkapuze. Das ist ja cool. Also hat sich scheinbar gelohnt, da mal reinzugucken. Und hier... mit der Ecke ist nix. Aber hier haben wir noch ein paar Kisten. Gehärtet hat die Winterstreitkulben. Okay, ich glaube, den brauchen wir auch nicht mitnehmen. Da haben die Anna schon bessere Sachen. Ja, ich weiß es doch, dass mein Inventar voll ist. Oh, eine Schriftrolle. Eine verschundene Sklaven. Yeah, yeah, yeah. Okay, der Bogen. Ist auch schlechter. Wie viel es hier zu finden gibt. Das finde ich echt cool. Okay. Was ist jetzt hier unten? Ach, da kamen wir her. Stimmt. Aber da... Auf der anderen Seite konnten wir, glaube ich, noch mal runter. Haben wir da schon alles eingesammelt? Ach ja, das war das, was wir nicht einstehen konnten. So. Was haben wir jetzt hier unten? Wow. Okay, ich glaube... Kurz auf die Karte gucken. Ach so. Das da vorne ist nur so ein Räumchen. Und schauen wir mal, ob Sarah das aufbekommt. Guck mal her, Mädchen. Kannst du das hier aufmachen? Ah, toll. Okay, das geht nicht. Schade. Da hätte es bestimmt richtig guten Loot bekommen. Kommt mal her, meine Schicken. Autsch. Weg mit dem Gebums. Na, wenigstens kann man die... Diese Rohstoffe unbegrenzt einpacken. Aber ich würde sagen, wir gehen hier weiter rein in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Macht's gut und ciao. Ciao. Ich danke euch.